Data Scientist und Data Analyst. Ziemlich coole Berufe eigentlich in der IT. Doch was genau sind denn eigentlich solche Projekte, die diese beiden da eigentlich durchführen würden? Und deswegen vielleicht auch als kleine Inspiration für den einen oder anderen unter euch, wollen wir uns angucken, wie genau sieht denn das jetzt eigentlich aus? Was kann man denn so als Data Scientist machen? Genau das wollen wir uns heute angucken. Sieben Projektideen, die man durchführen könnte. Wir starten mit Nummer 1, einer Bilderkennung. Das ist sehr allgemein gehalten, deswegen lasst mich ein Beispiel aus der Praxis holen. Und zwar nehmen wir an, ihr arbeitet in der Metallindustrie oder sowas und ihr müsst was schweißen. Hier muss man natürlich prüfen, wenn es jetzt irgendwie an einem Förderband oder sowas ist, wie gut ist eigentlich diese Schweißnaht? Und da kommt der Data Scientist an und macht genau das. Der sammelt Bilder, lässt sie labeln, das bedeutet, er lässt jemanden, der Ahnung von dem Gebiet hat, entscheiden, ist das eine gute Schweißnaht oder ist es eine schlechte Schweißnaht. Gut, schlecht, gut, schlecht. Und baut sich dann natürlich eine KI, die das genau so macht. Das heißt, die KI ist im Endeffekt in der Lage zu bewerten, wie gut ist eigentlich eine Schweißnaht. Und da muss man natürlich dann haufenweise auch mit den Daten arbeiten, man muss die KI optimieren und so weiter und so fort. Und genau das ist eigentlich ein typisches Data Scientist Projekt. Man sammelt erstmal die Daten, man lässt sie labeln oder man labelt sie selber, je nachdem wie viel Ahnung man hat. Und man baut eine KI, die den Job dann optimiert und automatisch ausführt. Eigentlich ein sehr klassisches Beispiel. Warum ist das jetzt Data Science und nicht Data Analytics? Naja, im Endeffekt, wir nehmen keine Daten, die so da sind und analysieren die, sondern wir sagen wirklich gezielt, wir wollen Bilder haben und jemand anders darf die für uns labeln. Und darauf bauen wir dann eine KI. Ein Data Analyst würde normalerweise Analysen durchführen auf Datenbeständen. Da kommen wir aber dann nachher noch dazu. Okay, Projekt Nummer 2 kommt aus der Security. Ihr wisst, da bin ich eigentlich schon quasi zu Hause. Und es geht um User Tracking. Jetzt, was hat User Tracking mit Security zu tun? Das machen mittlerweile tatsächlich sehr, sehr viele Unternehmen sogar. Die tracken euch, wo ihr eigentlich seid, um euch so ein bisschen Usability zurückzugeben. Das heißt, um euch zurückzugeben, dass ihr euch mehr oder weniger unkompliziert einloggen könnt und da nicht so viele Security-Faktoren oder sowas machen müsst. Nehmen wir aber an, ich gehe mit meinem Google-Konto irgendwo hin, zum Beispiel mit einem VPN, nach Russland oder sowas. Dann muss ich mich dort normalerweise neu einloggen. Und genau das Verhalten, also wo ich mich normalerweise einlogge, das speichert sich Google und kann natürlich dann analysieren, okay, normalerweise loggt er sich nicht von Russland ein. Der loggt sich normalerweise von Deutschland ein. Also sagen wir mal, hey, du musst noch deine E-Mail-Adresse einmal bestätigen, damit du überhaupt Zugriff auf dein Google-Konto hast. Oder hey, bitte, wir brauchen nochmal deinen Security-Key und so weiter und so fort. Und gerade so User Tracking ist sehr, sehr hilfreich. Oder man fragt zum Beispiel nach der SMS oder sowas. Gerade so User Tracking ist wahnsinnig hilfreich, wenn es im Fall von geklauten Accounts natürlich auch ist. Natürlich kann man das simulieren, aber es macht es für Angreifer deutlich schwerer, einen Account zu stehlen und deswegen ist es mittlerweile in jeder größeren und wichtigen Firma drin. Okay, warum ist das jetzt Data Science und nicht Data Analytics? Naja, eigentlich haben wir hier ein Projekt, was zwar auf vorhandenen Daten arbeitet, aber man entwickelt etwas völlig Neues draus. Man entwickelt sozusagen ein System, wo dann im Endeffekt geschaut wird, wo lockt sich eigentlich der User ein und ist das vielleicht ein Sicherheitsvorfall? Das heißt, wir haben ein neues System gebaut, basierend auf Data Science. Okay, Projekt Nummer 3 ist eine AI zum Beispiel in der Healthcare, also im Gesundheitswesen. Das bedeutet, man schreibt sich ganz gerne künstliche Intelligenzen, die alles Mögliche optimieren. Ein prominentes Beispiel, was wir auch schon bei mir auf dem Kanal gemacht haben, war hier die, also mit Röntgenbildern des Torsos, also quasi des Oberkörpers, zu erkennen, ob eine Lungenentzündung vorliegt. Und das konnte man machen anhand von so kleinen Dingern, die man in dem Scan oder in dem Röntgenbild dann gesehen hat und darauf basierend kann man eine KI schreiben. Das ist auch ein typisches Data Science Projekt, in dem Fall war es jetzt eine Bilderkennung, aber es lässt sich natürlich noch beliebig ausweiten. Man kann da sehr, sehr viel optimieren und sehr, sehr viel automatisieren. Und warum ist sowas gut? Naja, je mehr automatisiert ist, desto weniger Belastung besteht eigentlich bei den Leuten, die dort arbeiten. Natürlich, ich kenne das Problem, viele Firmen entlassen an ihre Mitarbeiter und sagen, sie brauchen sie dann nicht mehr und verlassen sich nur noch auf die KI, was aber absoluter Quatsch ist. Denn wenn eine KI auf irgendwas drauf guckt und ein Mensch wo drauf guckt, dann hat man normalerweise die aller, allerbesten Ergebnisse. Denn wenn da jetzt zum Beispiel die KI was völlig anderes sagt als der Mensch, dann hinterfragt der Mensch sich selber vielleicht eher nochmal und kann dann nochmal genau nach den Punkten schauen, die vielleicht dann relevant sind. Und ich habe ja auch schon andere Projekte unterstützt, die darf ich jetzt hier leider nicht genau sagen, aber man kann da sehr, sehr viel mit machen. Und es ist auch sehr, sehr mächtig und kann wirklich das Gesundheitswesen extrem bereichern, indem wir aber einfach Daten sammeln. Also ich meine Röntgenbilder von Lungen, okay, sowas hat man. Aber diese Daten wirklich zusammenzutragen zu einem gebündelten Ort und dann zu sagen, wir gucken jetzt, ob wir damit zum Beispiel mit einer Bilderkennung Lungenentzündung finden können. Das ist etwas, was normalerweise auf Datenbeständen seltener gemacht wird. Aber durch ein Data Science Projekt ist man eben auf die Idee gekommen, okay, das könnte man machen. Okay, das nächste und letzte Data Science Projekt, was ich für euch habe, ist der Smart Assistant, den ihr höchstwahrscheinlich alle in euren Taschen habt. Wie wird der gemacht? Also erstmal ein Smart Assistant ist quasi eine künstliche Intelligenz, die sich mit euch unterhält, als wäre sie euer persönlicher Assistent, also quasi eine Sekretärin sozusagen. Und hier kann man jetzt hergehen tatsächlich und sich mit dieser KI unterhalten und die macht dann im Endeffekt im besten Fall das, was man möchte. Also zum Beispiel einen neuen Termin erstellen, jemanden anrufen, jemanden eine Sprachnachricht schicken und so weiter und so fort. All diese Dinge, die man eben normalerweise dann selbst hätte machen müssen, mit mehr Aufwand, ohne dass man vor allem die Hände dazu benutzt. Das heißt, man kann das mal so nebenbei machen. So, natürlich weiß ich auch über die Data Privacy Sachen, also quasi die Privatsphäre, Probleme, die solche Assistenten mit sich führen. Und genau das ist aber der Punkt, wo die Daten herkommen. Das bedeutet, die Unternehmen sammeln eure Stimmaufzeichnungen und versuchen anhand dieser Stimmaufzeichnungen, bessere Vorhersagen zu machen. Das bedeutet, ihr habt eine Alexa hier rumstehen und die kann natürlich schon recht viel. Aber wenn ich jetzt da irgendwelche Sachen reinspreche, die vielleicht noch nicht so gängig sind, vielleicht habe ich einen Dialekt, einen bösen Dialekt, einen richtig starken und ich nuschle ein bisschen und die KI kann das nicht richtig erkennen, dann muss ein Mitarbeiter das automatisiert, also da muss ein Mitarbeiter das quasi bekommen und auswerten, was ihr da gerade gesagt habt und die KI interpretiert das dann nur und die KI wird aber jetzt auch wieder auf diesen neuen Sprachsegmenten trainiert. Und dadurch wird die KI nach und nach besser. Das nennt sich aktives Lernen. Es wird quasi unterstützt von menschlicher Hand und das passiert tatsächlich bei Alexa, soweit ich das zumindest noch weiß. Man hat ja nicht unbedingt die besten Einsichten, aber man geht zumindest davon aus. So, und das ist auch ein typisches Data Science Projekt natürlich. Wir haben eigentlich Daten so nicht verfügbar, die man für einen Smart Assistant benutzen kann. Man muss Daten sammeln erstmal, neue Daten sammeln, die man vielleicht davor nicht hatte, um dann im Endeffekt diesen Assistant erstmal aufzubauen, erstmal besser zu machen. Das heißt, wir brauchen einen Haufen Sprachdaten, wir müssen darauf basierend eine künstliche Intelligenz bauen und dann erst können wir mit diesen Daten irgendwas Sinnvolles anfangen. Sprachdaten gibt es zuhauf, aber manchmal unterhält man sich anders mit dem Smart Assistant, als man das zum Beispiel jetzt in einem Video machen würde. So, das waren die Data Science Projekte. Jetzt lasst uns noch angucken, was wären so Data Analytics Projekte, die man vielleicht machen könnte. Und hier gibt es auch drei sehr, sehr berühmte Beispiele aus der jüngsten Zeit. Und ich möchte anfangen mit etwas, was ihr wahrscheinlich schon fast alle mitbekommen habt, und zwar Netflix. Netflix trifft Entscheidungen nicht mehr basierend auf irgendwelchen menschlichen Faktoren. Also ich mag zum Beispiel diese Serie, ich mag diese Serie nicht. Also als Manager zum Beispiel, also lasse ich diese Serie weiterlaufen und diese nicht. Nein, Netflix trifft seine Entscheidungen darauf, wie gut eine Serie gelaufen ist. Und das machen tatsächlich sehr viele Unternehmen und auch schon sehr, sehr lange. Ich meine, Netflix ist ja wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wenn nur die Serien weitergekommen wären, die dem Manager zum Beispiel Spaß gemacht haben oder die, der toll fand. Aber, was man jetzt hier tatsächlich macht, ist, man nimmt alle Daten, die man irgendwie kriegen kann. Man nimmt Nutzungsdaten, das bedeutet, wie viele Leute haben die jeweilige Episode gesehen? Wie lange haben sie jeweils zugeguckt? Wie stark waren sie am Bingen? Wie spannend war die Serie? Und so weiter und so fort. Was für ein Rating hat es auf IMDb oder sonst was bekommen? Und wie aktiv gucken die Zuschauer dann durch? Und vor allem auch, wie teuer war die Produktion dieser Serie? Und das alles wägt man dann ab. Das muss nicht unbedingt eine künstliche Intelligenz machen. Versteht mich nicht falsch. Data Analytics, ja, ich habe Probleme mit dem Wort. Sorry. Data Analytics macht normalerweise nicht unbedingt nur Sachen mit KI. Generell auch Data Science nicht. Sondern man trifft Entscheidungen basierend auf Daten, die man erhoben hat. Also eben zum Beispiel, wie lange gucken Menschen zu? Wie lange wollen sie auch die Serie gucken? Und wie stark ist es dann auch diskutiert im Netz? Und so weiter und so fort. Und darauf basierend macht man dann Entscheidungen, welche Serie vielleicht fortgeführt wird oder welche neu gemacht wird. Und wie eine neue Serie vielleicht aussehen sollte. Es ist ein hochkomplexes Thema natürlich. Aber es hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie Netflix funktioniert. Und ja, die sind ein sehr, sehr stark KI-getriebenes Unternehmen. Also man kann das wirklich mittlerweile so nennen. Okay, Punkt Nummer 2 wäre was völlig anderes. Crypto Trading. Das heißt, Kryptowährungen, die gehandelt werden, hin und her auf verschiedenen Börsen, wie zum Beispiel eben Binance oder Bitfinex. Und dieses Trading wird mittlerweile auch entweder komplett von der AI, also von der künstlichen Intelligenz übernommen, oder aber es wird von einer künstlichen Intelligenz quasi bestimmt, wie sehen jetzt gerade die Parameter aus, wie günstig ist es jetzt gerade zu kaufen oder zu verkaufen und wie stark wird der Kurs vielleicht noch steigen. Und dann wird hier tatsächlich angewandt. Also das heißt, der Mensch muss dann immer noch teilweise selber bestimmen, was er macht oder man lässt es komplett automatisch laufen. Das heißt, eine KI, die so Krypto Trading betreibt, die macht wörtlich Profit einfach nur. Das heißt, man schreibt sich eine möglichst gute KI und lässt die einfach Profit machen. Und das ist tatsächlich etwas, was gar nicht mal mehr so selten vorkommt. Es gibt tatsächlich schon Berichte, dass manche größere Investmentunternehmen solche KIs einsetzen und sich komplett auf die verlassen. Ich muss mal schauen, vielleicht finde ich gerade einen. Ich habe erst vor ein paar Tagen einen gelesen, aber ich weiß nicht genau, ob ich ihn noch finde. Wenn ja, dann packe ich ihn euch unten in die Beschreibung rein. So, und dann kommen wir zum letzten Projekt, auch Data... Achso, genau, warum ist Krypto Trading eigentlich Data Analyse und nicht mehr unbedingt Data Science? Naja, das bezieht sich auf diese Analyse-Thematik. Das heißt, es werden keine neuen Daten erhoben. Also das heißt, ich habe ja schon die Information, wie die verschiedenen Werte sich brechen. Also ob jetzt der Kurs vermutlich steigen wird oder sinken wird. Ich habe ja den vergangenen Kurs schon und kann damit eine KI trainieren, die dann zum Beispiel entscheidet, wird der Kurs steigen oder wird er fallen. Ich habe solche Werte ja schon komplett vorneweg. Ich kann die analysieren und kann da drauf dann basierend meine Entscheidungen treffen, ob ich jetzt kaufen oder verkaufen sollte. Solche Sachen werden häufig gemacht. Funktioniert natürlich auch mit Aktien, Krypto war jetzt hier nur das irgendwie eher ein Beispiel, wo ich auch drin bin, wobei ich kein Day Trading oder sowas mache. Keine Sorge. Gut, das nächste wäre, und das ist wahrscheinlich das Projekt, was ihr am ehesten mitbekommen habt, ist Covid. Ja, es gibt Covid und sehr, sehr viel Analyse drumherum. Und man analysiert Fallzahlen. Also man analysiert, wie viele Leute sind, wo in welchem Gebiet, was haben alle diese Leute gemeinsam. Und hier sehen wir, wie groß das Ganze werden kann. Man muss analysieren, warum infizieren sich diese Personen, mit wem hatten sie Kontakt, was kann ich tun, um diese Kontakte irgendwie zu reduzieren. Vor allem, wenn man infiziert ist. Was kann man tun, was ist vielleicht am effektivsten? Man muss analysieren, wo wird sich am häufigsten angesteckt. Man muss analysieren, was hilft am besten als Maßnahme. Und so weiter und so fort. Das hat natürlich sehr, sehr viel mit Medizin und Biologie zu tun. Und naja, dementsprechend muss man da eigentlich auch Entscheidungen drauf basieren. Ich sage nicht, dass die Entscheidung von Menschen hier in unserer Regierung diese Analysen jeweils wiedergespiegelt haben. Das ist was wahrscheinlich komplett anderes. Aber ich sage, dass man solche Graphen, wie ihr sie zum Beispiel auf Google findet, wenn ihr nach Corona-Fallzahlen googelt, die zeigen recht deutlich, wie da eigentlich Data Science oder Data Analytics eigentlich zum Einsatz kommt. Das bedeutet, man sieht, wie stark geht eigentlich die Inzidenz nach oben oder nach unten. Wie sehen die Fallzahlen jeweils aus und so weiter und so fort. All diese Sachen kann man da dann wunderbar sehen. Ja, und deswegen ist das eigentlich auch ein Paradebeispiel, wie man eigentlich mit Data Analytics, also mit Graphen, mit Data Visualisierung auch, den Leuten helfen kann, Sachen besser zu verstehen. Ich meine, wie viele Leute haben mittlerweile Ahnung von solchen Charts bekommen. Das ist der Wahnsinn. Und genau deswegen kann man mit solchen Charts, also mit solchen Graphen auch viel, viel besser darstellen, was eigentlich gerade so passiert. Und das ist auch ein großer Vorteil und eine große Aufgabe von Data Analysts dann auch. Okay, gerade die letzten, also gerade Crypto-Date oder Crypto-Trading kann man wunderbar selber programmieren. Seid da allerdings vorsichtig, macht es nicht auf einem echten Markt oder sowas, sondern probiert es einfach mal vorher viel aus. Ja, da gibt es einen Haufen Parameter zum Optimieren. Dann haben wir natürlich auch sowas wie Corona-Statistiken erstellen, Grafen mit Corona-Visualisierung. Das kann man auch wunderbar selber machen. Man kann sich aber auch zum Beispiel selbst so eine Bilderkennung schreiben zur Lungenentzündung. Das haben wir hier schon live gemacht. Und so weiter und so fort. All diese Dinge sind natürlich ein großes Projekt, aber man kann sie machen und man kann sie vor allem auch selber machen, wenn man das möchte. So, und falls ihr sagt, ey, Mensch, das ist genau mein Ding, ich will in diesem Bereich auch wirklich arbeiten, ich will wirklich was professionell damit tun, dann schaut bei unserem heutigen Sponsor vorbei und zwar GetInIT. Ich habe ja schon häufiger was mit GetInIT gemacht und es freut mich, sie wieder hier begrüßen zu dürfen als Sponsor, denn es ist einfach ein wahnsinniger Mehrwert für euch vor allem. Und zwar, ihr könnt euch dort registrieren und für euch kostet das überhaupt nichts und anschließend euer Profil ausfüllen. Das bedeutet, ihr könnt hier eintragen, was ihr für Skills habt. Hier sehen wir schon, wie viel wir eigentlich schon gemeinsam gemacht haben. Hier können wir zum Beispiel jetzt noch Pandas eintragen, das ist, wie gesagt, eine wichtige Bibliothek im Bereich zu Python und können hier dann eben unser Profil vollständig ausfüllen, also welche Sprachkenntnisse haben wir, was für Perspektiven, Studium, Lebenslauf, Ausbildung, Praxiserfahrung und so weiter und so fort. Könnt ihr hier alles eintragen und das Tolle ist, ihr müsst nichts weiter tun. Ihr müsst einfach nur euer Profil aktiv stellen, also nicht pausieren, so wie ich das gemacht habe und ihr könnt angeschrieben werden von einem Arbeitgeber, von einem von sehr vielen Arbeitgebern, die genauso jemanden suchen, wie ihr einer oder eine seid. Und das ist das Coole dabei, euch kostet das überhaupt nichts, das dürfen die Arbeitgeber dann bezahlen und ihr könnt so relativ problemlos einen Job finden, beziehungsweise ein Vorstellungsgespräch finden. Von den Leuten, die sich hier wirklich registriert haben, über meinen Rev-Link unten in der Beschreibung, die haben tatsächlich auch schon zu 80% eine Anfrage bekommen, eine Job-Anfrage bekommen, sofern sie zumindest natürlich hier ihr Profil komplett ausgefüllt hatten. Und das freut mich wirklich sehr, deswegen promote ich auch GetInIT so gerne. Und ja, in dem Sinne war es das von meiner Seite, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns hier beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!